Oh, 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 oh. Wie heißt der nochmal der Herr Müller, gell, von unserer Haftpflichtversicherung. Herr Müller, wir wollten Ihnen nur nochmal kurz zeigen zum Thema. Ich hab mein Fingernagel abgebrochen. Ja, Herr Müller, Sie kriegen Vorsprung vom Herr Beeschen, jetzt die Woche. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Fein-Rib-Ausnahms-Weiße-Mal. Nicht live aus dem groben Raum. Freuen Sie sich auf Witze ohne Po-enten. Feindliches Schweigen und hässliche Gestalten. Viel Spaß dabei und viel Glück. Das ist unser Versicherungsvertreter. Das ist der Herr Müller von der Palsrockversicherung. Eine krank, kranke Versicherung. Leute, ich sag's euch. Tag einmal, ja. Herr Müller, Herr Müller, wir kommen auf Sie dann zu. Bei dir auch noch was? Ich nehm grad die Beständung für der Herr Müller auf von der Haftpflicht. Nee, Herr Mayer, bei mir ist alles gut. Müller. Ist das Wappel von Australien oder was ist denn das? Das ist rot. Rot. Rot und der Riedburg, ja. Echt? Das ist grün und gelb. Der Mann ist Farbegrün. Das ist mehr rot. Mit Australien. Das ist nicht Australien. Kommt ja mal kurz mit. Was? Was hast du gesagt eben wieder? Nichts. Ist es eine Katze oder was? Wenn wir am Arbeiten sind und mich vorbereiten, dann kannst du einfach vor uns drehen. Genau. Was sie wieder schaffen. Das ist wie in der BASF. Enner Schaft, drei gucken zu. Enner Schild. Was aufsack, immer. Sieht cool aus. Das ist Leia-Schriftzug, was? Nee, das darf man jetzt nicht verraten. Okay. Ja, haben wir doch schon gesagt, wo wir sind. Jetzt müssen wir jetzt mehr dauernd wieder wohl. Hast du gesehen, dass der Herr Tom, Merchandise Tom, gut, wo hast der schon gemacht? Was hat der schon gemacht? Ja, zeig's dir mal. Hat er das nicht schon gemacht? Das hat er wirklich schon gemacht. Das hat er doch schon gemacht. Das macht er morgen, aber nicht. Weil morgen ist er nicht da. Oh. Achso, heute oben. Ja. Heute kommt der Anna. Heute bin ich Geld verdienen. Morgen. Morgen. Ja. Mir fällt dazu nichts ein. www.pulsrock.de Es ist so laut hier. Ich weiß nicht. Aber kommt auch nach Geinsheim, weil der Mann am Merch, der heute Abend da ist, vielleicht ist der nicht so, weiß ich nicht, der ist vielleicht nicht so versiert, weil der Tom ist definitiv heute dabei. Er macht das gut, ja. Und es kann sein, dass man dann Schnapper machen kann beim Merch, weißt? Schnapper, kennst du Schnapper? Schnapper kenn ich. Also kommt heute oben nach Geinsheim. Und kauft die Brut einfach leer. Was sagt sie zur Sonnenswahl? Was ist los? Was ist das? Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Kann ich nicht hören? Auf jeden Fall! Was ist das? Ja, ja, ja! Oh! Oh! Vielen Dank.